Zwischen dem Hochzeit auf den ersten Blick Paar Franziska und Kevin kracht es in den Flitterwochen gewaltig. Weil er immer wieder anzügliche Bemerkungen machte und Franziska auch in der Nacht zu nah kam, flüchtete jene kurzerhand in ein Hotel. Die Zuschauer schießen scharf gegen den Projektmanager. Hochzeit auf den ersten Blick Franziska fühlt sich von Kevin sexuell bedrängt und flüchtet. Am Montag, 3. Dezember, sagte das letzte Paar bei Hochzeit auf den ersten Blick ja. Auch Kevin, 34, und Franziska, 30, haben sich noch nie zuvor gesehen. Doch als sie sich vor dem Altar begegneten, funkte es sofort. Der erste Eindruck war mehr als überwältigend, mehr als positiv überrascht, einfach eine wunderschöne Frau und perfekt, erklärte Kevin völlig überwältigt. Und das zeigte er seiner frisch angetrauten Frau während der Flitterwochen in Vietnam auch mehr als deutlich. Während er direkt zur Sache ging, fühlte sich Franziska zunehmend unwohl. Und das nicht nur, weil der Projektmanager während der Flitterwochen ein T-Shirt mit einem Bild von Pornodarstellerin Mia Julia trug. Die sexy Sprüche, die Kevin immer mal wieder bringt, und die anzüglichen Bemerkungen haben mir ein negatives Gefühl gegeben, als Objekt angesehen zu werden, erklärte Franziska im Einzelinterview. Sie sei nicht verklemmt, merkte sie an. Kevins Bemerkungen seien jedoch einfach Tumuch. Nachdem er ihr auch in der Nacht zu nah gekommen war, suchte die Kirchheimerin schließlich das Gespräch zu ihrem Mann und erklärte ihm, dass sie sich bedrängt fühlt. Kevin entschuldigte sich. Bitte glaub mir, dass ich das nicht absichtlich gemacht habe, ich habe einfach nur versucht zu schlafen. Franziska hielt es in seiner Gegenwart jedoch nicht länger aus. Sie packte ihre Koffer und flüchtete in ein Hotel. Zuschauer gehen wegen Kevin auf die Barrikaden. Er geht viel zu weit. Ob die räumliche Trennung bedeutet, dass das Experiment gescheitert ist, wird sich zeigen. Mit seinem aufdringlichen Verhalten hat sich Kevin allerdings auch bei den Zuschauern unbeliebt gemacht. Auf der offiziellen Instagram-Seite von Hochzeit auf den ersten Blick, heißt es unter anderem. Leider bestätigt sich mein Eindruck. Er geht viel zu weit. Sie fühlt sich bedrängt. Das wird nix. Unangenehm. Wäre mir persönlich zu viel. Er bedrängt sie von der ersten Sekunde an. Sie wird ausbrechen. Sie tut mir echt leid. Eine weitere Userin merkt kritisch an. Mich wundert nicht, wenn Menschen wie er lange nach einer netten Partnerin suchen. Beim Ja-Wort selber ist er noch sehr positiv rübergekommen. Aber später, er entkleidet die Frau ja bei jedem Blick auf sie und spricht such sehr zweideutig mit ihr. Das ist zu früh, also für eine normale Frau. Da fühlt man sich sehr schnell zum Sexobjekt degradiert. Fürchterlich. Manche meinen tatsächlich, Ehe bedeutet, täglich kostenlosen Sex und nebenbei wird noch die Wäsche gewaschen und gekocht. Und wir kommen jetzt auf sie, Ehe ist der erste Mal. Und wir kommen jetzt auf sie, Ehe ist der erste Mal. Und wir kommen jetzt nach der ersten Mal. Und wir kommen jetzt schon wieder zu früh, Ehe ist der erste Mal. Vielen Dank.